Mit dem eigenen Campingmobil in die weite Welt reisen, fremde Städte erkunden, spannende Menschen kennenlernen, die Freiheit genießen. Diesen Traum haben viele Menschen. Telonius Herrmann und seine Freundin Tara Wissel aus Köln haben sich diesen Traum erfüllt. Inspiriert dazu hat sie die Musik. Die Liebe zur Musik war Telonius schon in die Wiege gelegt, denn jeder in der Familie spielt ein Instrument. Mit fünf Jahren begann er mit dem Klavier spielen, 15 Jahre später ist er immer noch dabei. Doch einfach nur zu Hause am Flügel zu spielen, reichte ihm irgendwann nicht mehr. Da kam ihm eine Idee. Wie wäre es, draußen aufzutreten vor Publikum? Stadtgeklimper war geboren. Mit dem heimischen Flügel ging das natürlich nicht. Etwas Kompakteres musste her. Das Internet half weiter. Das Klavier habe ich tatsächlich vor vier Jahren auf Ebay gekauft. Für 120 Euro damals war das echt verdammt viel Geld. Und ich war noch am Zweifeln, ob sich das lohnt für mich. Und ja, mittlerweile kann ich sagen, das war der beste Kauf meines Lebens. Mit dem Klavier habe ich schon so viel erlebt. Und das hat mir so viel ermöglicht. Also keiner rechnet mit einem Klavier auf der Straße. Aber es ist an sich schon immer schön. Also die Leute sind wirklich fast immer begeistert. Also da kriegt man nochmal ganz neue Verbindungen zu den Leuten. Die interessieren sich, was machen wir hier? Man lernt viele neue Leute kennen über das Klavier. Musik verbindet. Heute unternehmen die beiden weite Touren. Doch angefangen hat der reisende Musiker in der eigenen Nachbarschaft. Zunächst klimperte sich Telonius durch sein Stadtviertel. Ich habe mit einem Freund irgendwie mal aus Spaß darüber gesprochen, eigentlich müsste man mal so ein Klavier auf die Straße stellen. So wie, so was passiert, mal gucken. Und dann habe ich es echt mal irgendwann wirklich ernsthafter überlegt und bin das angegangen. Und daraus ist dann Stadtgeklimper so langsam entstanden. Ich habe mit meinem Vater zusammen aus alten Kellerbrettern erstmal so eine wackelige Unterkonstruktion gebaut. Und habe mich erstmal nur in meinem Viertel so ein bisschen an die Straßenecken getraut. Und dann hat das einfach Spaß gemacht und den Leuten hat es auch gefallen. Und so hat sich das ergeben, dass es immer irgendwie ein bisschen weiter ausgeführt wurde. Die positive Resonanz beflügelte ihn. Nach seinem Abitur 2017 kaufte er sich ein ausgedientes Dachdeckerauto. Das machte ihn und das Klavier mobil. Auch Tara war da, schon mit von der Partie. In den Sommerferien gingen die beiden auf ihre erste Tour quer durch Europa. Irgendwann ist unser Auto, das war so alt wie ich, Baujahr 98, ist dann irgendwann fast auseinandergefallen. Und dann haben wir uns natürlich überlegt, wie schaffen wir es, das Projekt fortzuführen. Und dann sind wir tatsächlich, ja, zufolge gekommen. Ich habe einfach mal eine Mail hingeschrieben. Und daraufhin haben wir so ein bisschen kommuniziert. Und dann hat sich das ergeben mit dem Transit. Genau. Wir haben uns natürlich gefreut, dass er auf uns zugekommen ist. Und haben entschieden, dass wir sehr gerne so eine, er ist ja schon oft unterwegs gewesen in der Südstadt, so eine lokale Größe zu fördern. Und es ist aber eben auch eine gute Möglichkeit zu zeigen, wie vielfältig unsere Nutzfahrzeuge sind. Dass eben Ford Transit nicht nur in einer Werkstatt von Nutzen sein kann, sondern auch für Personen ganz individuell Vorteile bieten kann. Und eben auch zu einem Van, hohen Van, ausgebaut werden kann. Wichtiger als alles andere, das Klavier musste ein Plätzchen finden. Um den Klimperkoloss in den Van zu hieven, gibt es jetzt auch die Unterstützung einer Seilwinde. Das spart Zeit, Kraft und Nerven. Denn schließlich gehört zum Stadtgeklimperkonzept, das Instrument zu spontanen Konzerten an schönen Orten einfach aus- und einzuladen. Das Auto war im kompletten Rohbau, als wir das bekommen haben. Also quasi frisch aus der Fabrik bei Ford. Und wir haben tatsächlich angefangen mit der Bodenplatte und dann mit der Seitenverkleidung. Und haben uns dann ein Grundgerüst gebaut. Das ist nämlich das Spannende. Wir haben keine einzige Blechschraube verwendet, sondern wir sind rangegangen und haben die bestehenden Gewinde genutzt. Und haben dann alles mit so einer Klemmtechnik befestigt. Die Grundkonstruktion, dass man in den Holmen ein Stück Holz legt und dann die Grundkonstruktion dran schraubt. Dementsprechend ist keine Schraube im Bus, die da nicht hingehört. Wie gut, dass Telonius mal ein Praktikum bei einem Schreiner gemacht hatte. Der stand den beiden mit Rat und Tat zur Seite. Tatsächlich sind wir bei einer relativ simplen, einfachen Variante geblieben, die aber so einfach am besten funktioniert für unsere Bedürfnisse. Also weil, was bei uns der wichtigste oder der größte Punkt war, ist zum einen, wir nehmen Klavier mit. Das, glaube ich, haben nicht so viele Camperaushalten drinne. Dann war für uns auch wichtig, dass wir längst schlafen, weil wir beide doch sehr lang sind. Und dann wollten wir möglichst viel Raum und auch die Stehehöhe, die wir hier haben, auch gut nutzen können. Und deshalb haben wir uns so ein L überlegt als Mittelgang, dass man wirklich von beiden Türen auch noch, wenn man einmal vorm Poller steht und hinter einem jemand geparkt hat oder so, dass man wirklich von beiden Seiten noch rauskommt, sich gut bewegen kann. Und das haben wir alles in einen Entwurf gepackt. Und da, finde ich, haben wir wirklich viel bei gelernt, was so Planung, Überlegung und Struktur angeht. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ein Camping-Unikat mit Platz fürs Klavier. Und auch an einer anderen Stelle des Vans findet sich ein Bauteil, das eigentlich in Klavieren zum Einsatz kommt. Dann gibt es hier die Tür. Das ist extra mit dem Klavierband konstruiert, dass man das Ganze wirklich bis nach außen aufklappen kann, damit man die schweren Wasserkanister auch nach dahin rausholen kann. Und zwar haben wir in den Bootsbau geguckt und uns da Inspiration geholt für eine Fußpumpe. Da tritt man nämlich einfach nur drauf und pumpt sich quasi damit das Wasser hier hoch. Und wo geht es nun mit dem neuen Van als erstes hin? Also wir werden jetzt dieses Mal in den Balkan fahren. Wir werden über Kroatien nach Bosnien fahren und dann über Montenegro nach Albanien und Griechenland. Und das machen wir erst mal bis zum Herbst, weil wir dann beide mit unserem Studium beginnen. Und dann haben wir aber ja auch dann die Semesterferien, wo wir dann unterwegs sein werden. Und nach dem Bachelorstudium wäre dann natürlich, also ist ein Traum von uns, mal sehen, was daraus wird, wirklich eine besondere Tour zu machen, so etwas wie zum Beispiel die Panamericana. Also dann auch wirklich mal eine krasse, lange Tour zu machen. Genau. Drei Kölner Charaktertypen auf musikalischer Welttournee, ein Campingvan und zwei Musikbotschafter tragen kölsche Fröhlichkeit in die Welt. Untertitelung des ZDF, 2020